Yo, was geht ab? Mein Name ist IZZI und ich habe gerade das erste Auto für den Roadtrip übergeben bekommen vom Robert. Nairobi, ich weiß es nicht mehr, ist in der Beschreibung verlinkt. Es ist ein VW Beetle, hat sich den er ja für eingesetzt, ein Cabrio, wie ihr sehen könnt. Richtig, richtig geil. Wir bekommen auch noch dann einen großen Bus von Mediakraft, wo dann unser ganzes Zeug dann auch rein kann und wo dann auch alle Leute reinpassen. Wir sind ja zu sippt, da brauchen wir natürlich ein bisschen Platz. Aber richtig, richtig geil das Auto hier, macht schon richtig Spaß damit, ein bisschen durch Köln zu fahren. Und ich habe mir jetzt hier diese Vlogging Cam gekauft, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und damit werde ich versuchen, auf dem Roadtrip jeden Tag einen Vlog zu machen von allem dem, was wir erleben. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Also wir haben schon so ein paar Sachen geplant und das hört sich schon alles, alles richtig geil an. Alles, alles richtig geil. Und ich habe einfach nur so richtig Bock drauf. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das ein richtig geiler Trip wird. Und Leute, die anderen werden wahrscheinlich auch Vlogs machen. Ich weiß nicht, ob jeden Tag, das ist bei jedem unterschiedlich. Alle Kanäle nochmal unten in der Beschreibung drin. Und dann geht es auch schon bald los. Und ich hoffe, das wird sehr, sehr geil. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und das war es mit meinem Ankündigungsvideo, fällt mir gerade ein. Ist ja echt so eine Art Ankündigungsvideo hier. Ja, das gibt es ja eigentlich nicht so häufig auf meinem Kanal. Mache ich halt mal ein Ankündigungsvideo. Leute, ich hoffe, ihr bleibt dran und es wird geil. Ciao.